Hoi! Willkommen zurück zu meinem Craft Crickpack. Ich merke langsam, irgendwie verreckt man schon mal ein bisschen mehr, ne? Wenn man sich die letzten Parts anguckt, seit Part... ...88 hab ich die heute alle aufgenommen und, äh... Ich mein, besser wird's nicht mehr der Stimme, naja... Ist dann halt so, ne? Ich bin hier ein bisschen bei einer bisschen... ...Kryosserum... äh... ... herzustellen. Obwohl ich schon ein paar Mal nachproduziert hab, das hat mir noch nicht gereicht. Ähm, da der noch dabei ist, würde ich sagen, ich mach das hier mal noch zu Ende, was ich schon angefangen habe. Weil ich mir dachte, hm, was machst du jetzt? Machst du hier was Produktives schon mal zwischendrin? Ah, machst du hier einfach den Schornstein? Schon mal fertig? Für die... Holzverkuckung? Oder wie auch immer man das nennt? Holz-Kohle-Herstellung, Kühlerei, so... Ähm... Dann ist das schon mal fertig, weißt du? Äh... Ein Blatt... Drei... Fünf... Sieben... Neun... Dann ist das eine... Ein so ein Kasten nochmal oben drauf. Wenn man das jetzt umrechnet. So, dann ziehen wir das hoch, wie es gerade halt erwähnt wurde. Und schon mal vorgebaut wurde. Ecken dran, ähm... Smoker reinsetzen und dann war's das eigentlich schon. Ein bisschen nachher hinein so eingefallen. Eigentlich hätte es den ja auch mit drei Blöcke oder so vom Haus entfernt bauen können. So mit so einer, keine Ahnung, extra Stütze nochmal dran am Haus. Aber das ist mir dann ein bisschen spät eingefallen, wo denn der Teil schon fast stand. Und da hatte ich dann auch keine Lust mehr. So... Hover-Mode an. Und dann klatschen wir mal hier diese Winkel dran. Ist ja natürlich nicht kreisrund, aber... Es ist so ein bisschen abgeflacht schonmal, ne? Vielleicht soll das ja auch, ähm... So achteckig sein. So, das muss einfach so. Falls jemand fragt. Abgas-Mode an. Ähm... Wir brauchen... Nass... Wir brauchen... Abüs... 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 So. Und sowas ähnliches kommt da hinten auch nochmal hin. Und dann extra Schornstein. So. Und so etwas ähnliches weiter kommt da hinten auch nochmal hin. Das produziert ja auch nämlich Abgase, die hier irgendwie weg müssen. Und wenn ich das Atomkraftwerk hat, äh... Brauch eine... Und die anderen eigentlich auch einen Kühlturm bräuchten oder nicht? Naja, man kann das ja zusammenfassen. So, weißt du, ist der schon mal fertig. Sollten sich die anderen Sachen nachher auch ausgekäst haben. So, ähm, Hover Mode aus. Weg und weg damit. Ich brauche insgesamt neun Stück für einen. Also 18 für zwei. So, mach fertig. Easy. Oh, die Eiermäher hat er auch schon durchgebrötigt. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Ach, da haben ja die Schneebälle gefehlt. Ah ja. Das war ja das. Manko. Aber es könnte auch so reichen. Wenn ich eventuell mal den noch weg packe. Zumindest noch zwei Stacks. So, die kommen oben drauf. Und dann versuche ich den Reaktor noch voll zu kriegen. Und dann können wir den ja auch mal in Betrieb setzen. Oder nehmen. Es gibt ja einen Unterschied zwischen dem Betrieb setzen und dem Betrieb nehmen. beißen rein. Ja. Umweltfreundlich. So. Ein bisschen vorgearbeitet hatte ich schon. Aber ist natürlich noch nicht fertig. Und. Was man hier nebenbei immer machen kann. Schnee fahren. Durch dieses Kryoseum. Da steht ja immer welcher. Den du ja gut hier benutzen kannst. Für das nächste Kryoseum. So. Noch eine ganz spannende Arbeit. Deswegen habe ich den Großteil ja schon gemacht. Im Vorfeld. Damit ich dann halt nicht drei Karts mitfülle reiße. Etwas macht er halt. Gut Damage. Oder ich bin ziemlich stark runtergefallen. So. Naja. Viel ist ja nicht mehr. Zack. Zack. Mach einen Kompromiss. Ich mach immer nur auf die Seite. Rötschen. Damit ihr auch wieder ein bisschen geleitere Ecke. Sonst kommt immer noch so ein Schaskelett um die Ecke. Und dann war's dann. Das wäre sehr. Sehr sehr doof. Oder ich falle in Flüssigstickstoff. So. Ein ewig langer Schornstein. Weil der Teil halt zu hoch ist. So. Kugermor. Was haben wir hier noch drin? Ein bisschen. Sollte eigentlich reichen. Gut. Die Mitte muss ich auch noch ausfüllen. Die darf man nicht vergessen. Aber. Naja. Dann mache ich das nach Bedarf. Das was jetzt hier drinnen ist. Haut ruhig durch. Und dann. Je nachdem was ich noch brauche. Ey. Wenn der Live Rack dann zieht er aber echt. Wer weiß wie viel Essen weg. Ist ja krass. So. Dann bin ich mal gespannt. Wie viel dann nachher bringt der Reaktor. Problem ist halt nur. Ich muss ja erstmal die Turbine auch noch wieder aufbauen. Hä. Und ich meine die kann ich ja dann ein bisschen anders bauen. Die kann ich ja dann auf 2000 Millibuckets pro Tick einrichten. Da war ja nicht so ein Zwischenschritt mit 1800. Wie ich es drüben brauchte. Weil sonst kommst du halt mit dem Boiler nicht auf diese Zahl rechnerisch. Das können wir auch gleich noch mal gucken wenn wir Zeit haben. Ja doch sollten wir. Ähm. Wie das jetzt mittlerweile aussieht. Mit der. Geschichte überhaupt. Ähm. Mit der. Äh. Turbine. Wie die läuft. So. Zeig. So. Wir haben es bald. Einmal rüber noch. Dann habe ich den fertig. Den wahrscheinlich auch fertig. Naja. Also zweimal rüber muss ich noch. Ich möchte halt mich auch nicht überschüsslich viel Kryosystem in diesen Eimern machen. Weil ich frage was anderes brauchst du es ja nicht. Doch. Doch schon. Dann. Für diese. Kryostabilized Flugstukte. Die. Unendlich. Energie transportieren könnte. Sofern es denn rechnerisch möglich wäre. Ja. Kommt noch was. Nö. Nö. Gut. Aber es könnte gut passen mit der jetzigen Menge. Die wir jetzt haben. Und dann. Die Rösten kann man ja halt in diese Flugstukte reinballern. Dann hat man davon ein paar. Wenn man welche braucht. Warum nicht. So. Ihmchen fehlt noch. Wegbalzen. So. Hm. 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 Geht zügig. Schluck spricht. Hm. 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 So. So, jetzt haben wir überall das gleiche Textur, ne? Dann nehme ich mal an, dass überall das Solid ausgefüllt ist. Dann gucken wir mal, wie viele Glöcke wir da haben. Das müssten ja irgendwie 14 oder 16 gewesen sein. Uiuiuiui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, äh, ich habe keine Lust zu zählen. Machen wir mal 14 fertig und dann gucken wir mal, ob wir überhaupt 14 fertig kriegen. Ich denke mal, ja, ja. 1, 2 Einmalste bleiben übrig, vielleicht behalte ich die auch so. Wäre vielleicht auch ganz schlau, wenn ich Schnee brauche, dann kann ich mir damit sogar eine Schneefarm machen. Wäre eigentlich keine dumme Idee. Aber dann habe ich auch wieder Milliarden von Schnee im System. Ließe sich auch alles regeln. Mal gucken. Wäre aber eine Idee. Man könnte ja sich dann eine Schneefarm machen. Mit Erkenntnissen aus der Reaktorentechnik. Wenn es nicht reicht, kann man gut sehen, wie viel noch fehlt, weil es halt von den Seiten nicht nachläuft. Bei dem letzten, den ich jetzt im Außenring gemacht habe, konnte man ja nichts sehen. Aber es scheint mich nicht verzählt zu haben. Der Reaktor ist voll. Finally. Oh Gott. Stimmt. Ich muss ja hier, glaube ich, Fackeln draufsetzen. Oder ich habe halt immer Schnee auf dem Reaktor drauf. So. Äh. Das hier. So. So. Jetzt öffnen wir mal ein bisschen aus. Hm. Naja. Er kann ruhig. So. Was sagt der Reaktor? Oh. Der ist sogar schon da. Cool. So. Gehen wir mal pennen. Und dann gucken wir mal, was wir machen können. Oh. Ich muss ja auch noch ein ME-Kabel dahin legen. Baaah. Wichtig ist, dass es erstmal am allgemeinen läuft. Ich kann ja erstmal so Jellurium in die Kisten packen. Und dann ersetzt man das nachher durch eine maschinelle Auffüllung. Wie ist der? Was war jetzt? Das war Input. Yellow. Ehh. Da haben ein paar reinballern, ne? Ein bisschen nur. Ehh. Ehh. So. Machen wir die Kisten mal voll. Und natürlich auch den Reaktor an sich. Weil da geht schon einiges rein an Items. So. Ist immer noch nicht fertig. Meine Güte. Nö. Noch lange nicht. Naja. Brötung rein. Nicht mit den Uranbarren verwechseln. Die schmecken nicht so gut. So. Und. Voll. Geil. Müssen wir da natürlich noch anschließen. Das Ding. Das Ding. So. Hat genau gepasst. War auch so abgemessen. Easy. Schönes Ding, ne? Ähh. Wir brauchen. Da. Und. Und da was. So. Und dann könnten wir eventuell noch zubuttern mit dem von drüben. Wenn das dann reicht. Ah. Ich weiß nicht wie das Verhältnis ist mit Dampf und den anderen Stoffen hier. Ähh. 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 Aber das können wir schon nehmen. Also. Fluid. Wollen wir es mal davon welche. Und. Fassade. Zwei Stück. Führen wir das so ganz undercover da hin. Und dann natürlich noch. Ähh. Duct. Davon brauchen wir mehr. Vier mehr. Naja. So. Wo haben wir hier die Kühlung? Hier ist die Kühlung. Dann führen wir das mal hier runter. Das war ähh. Sehr sehr schlau. Weil ich dann ja alles ersetzen müsste. So. Und dann ähh. Führen wir das hier oben raus. Und zweigen das war ja alles ersetzen. Das ist halt ähh. Recht unkompliziert einfach ab. Und schon haben wir unser Wasser auch noch hier drüben. Das brauchst du ja eigentlich wenn alles funktioniert nur einmal um das System zu befüllen. Und da ich da nicht irgendwelche Anstalt machen will da auch nochmal so ein Wassersystem hinzubauen. Ähh. Nutzt du das hier einfach mit. Oder sollte irgendwie die Turbine nicht so viel Wasser raus geben wie der Reaktor braucht. Kann das halt noch ein bisschen nach liefern. Keine Massen aber brauche es ja auch nicht. Erfüllt sich schon. Sehr schön. So. So. Das brauchen wir. Dann brauchen wir nachher noch ähh. 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 Ich mein so doll fällt es doch gar nicht auf. So doll. Gibt schlimmeres. Ähm. Brauchen wir nachher noch mehr davon. Und die Turbine. Jo. Nicht viel. Gar nicht. So. Wie haben wir denn diese Teile überhaupt gemacht? Ähh. So. Nicht super duper. Super. So viele Sachen gibts ja nicht die so heißen. So. Können wir? Wir können. Sechs Stück ist zu wenig. Machen wir so. Dann reicht das auf jeden Fall. Jo. Damit wir schon mal die Anschlüsse fertig haben. Könnt ich den rein theoretisch auch einmal ganz kurz anwerfen. Einfach nur aus Prinzip damit das so ist. So. Dann haben wir jetzt die Anschlüsse vorliegen. Wir müssen hier hinten nochmal eine Fackel wieder hinsetzen. Weil ich da eine weggekloppt habe. Hier. So. Der ist voll aufgeheizt. Der ist voll aufgeheizt. Der ist voll aufgeheizt. Und der ist voll aufgeheizt. Eigentlich müsste das jetzt laufen. Naja. Man sieht selbst was das ist. Ich meine so ein 12.011. Schlecht ist es nicht. Aber das ist weit von dem entfernt was das eigentlich sein sollte. Aber noch mal 1250 draus. 1200. Das hält da konstant. Hm. Vielleicht sollte ich da auch einen von wegnehmen. Und durch mehr Rotoren ersetzen. Oder allgemein mehr Rotoren rein machen. So. Dampf hat der kein. Da kein. Ein bisschen. Also 1200 hört sich schon mal nicht schlecht an. Ich bräuchte aber mehr Blades. 48. Ach du Scheiße. Ich glaube da könnte man durchaus mal was umfrickeln. Wir brauchen 12 Blades. Ob das eine haben wir da weg. Dann könnte das vielleicht schon besser laufen. Und sieht auch besser aus. Also mehr als 12.011 könnte man da wahrscheinlich rauskriegen. Das eine ist eine Sache des Fine Tunings. So. Big Reaktors. 12 Stück. Da haben wir uns 48. Den einen weg. Und dann sollte das ja passen. Vielleicht. Ich habe auch keine Ahnung was da nur ein Wiki für Müll drin stand. Das sind alle nicht funktionieren. Ich meine ich habe mich danach gerichtet. So. Disengage. Und dann gehen wir mal rein. So. Hilfe. Ich gehe da rein jetzt. So. Erstmal kommt der Block hier weg. Danke. Schön aufheben. Weil der ist teuer. Very, very teuer. Und dann setzen wir mal hier unsere Blades hin. So. Kann ja fast nur besser werden. Vom Laufverhalten her. So. Hier brauchen wir noch jede Menge Enderung für die anderen Sachen nachher. Machen wir noch 100 fertig. Oder 200. Kannst du? Er kann. Aber ab und zu braucht er irgendwas was er nicht craften kann. Das sein Gerät hat er schon. Und dann gucken wir mal. So. Ja gut. Da bräuchte er wieder mehr Blades. Aber die kriegt er nicht. Weil wegen darum. Und dann gucken wir mal ob wir den mindestens auf 900 RPM kriegen. Die Turbine. Weil der läuft ja auch ganz gut. Je mehr Energie, desto mehr Ressourcen kriegen wir auch wieder ran. So. Proportional scheint das nicht zu sein. Na ja. 600 RPM. 600 RPM. Bei 800 mache ich dann mal. Oder 850 mache ich dann mal. Äh. Die Spule rein. Schalte ich dazu. Und dann. Gucken wir mal wie das denn aussieht. Aber so vor sollte ich dann nachher noch auf 1200 wieder runter gehen. So. Das hat er gleich durch. Bam. Ah er verliert wieder an Umdrehungszahl. Schade. Ja. Vielleicht wenn ich gegensteuern, wird das wieder mehr. So. Aber reicht nicht. Ich lass ihn mal so laufen erstmal. Ist jetzt auf jeden Fall schon mal mehr geworden. Von 10 oder 12 auf 15. Jut. Soviel zum. Zum. Feinabstimmung. Ja. Das ist auch ganz nett. Oh. Die Folge ist ja wieder etwas länger geworden. Gut. Ähm. Reaktor steht. Andere bisschen feingetunend. Wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.